Willkommen zurück, Freunde, beim Medal of Honor, Edit Assault. 6. Juni 1944, Omaha Beach, Charlie Sektor. Was für eine Rampe? Okay, Männer, verteilt euch und meidet das offene Film. Vereilt euch! Swagboard, ihr geht mit Paul. Alle Mann auf Steuerbord mit mir. Sieht die Köpfe ein, es geht los. Wir sehen uns später am Strand. Jo. Tu mal. Uh. Da hat's ein Boot erwischt. Was ist denn so ein bisschen? Laufen Sie zum Strand. Könnte ein bisschen schwierig werden hier auf dem Wasser. Aber ich werd's versuchen, wenn das Spiel das sagt. Machen wir das natürlich. So. Oh, fuck. Oh, fuck. Das erste Boot hat's schon gerissen. Oh, oh. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Boah. Schatz. Komm. Also. Auf geht's. Okay. Oh. Es geht los. Los. Und. Ah. 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 Okay. Also. Es gibt, ähm. Es gibt, ähm. Es gibt eine Deckung hier am Strand. Au. Schon eigentlich Platz. Ey. Die. Die. Verdammt. Los. Komm, 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 komm. Ah. Die. Die. Wieso ballern die echt nur auf mich? Und weiter, 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 weiter. Weiter, ich hab die Orientierung verloren. Das sind die Orientierung, Alter. Okay, und weiter. Vielleicht ein Sunny. Vielleicht ein Sunny, der kann nicht ein. Sunny Töter. Da, hier. Ey. Dankeschön, Dankeschön. Was ist denn jetzt? Ja, ich hab irgendwann... Granaten? Ah. Okay. Mach immer. Okay. Ah, ich brauchst Granaten. Los, los, los! Vereilung! So fiezt wird das. Oh? Ich kann mich nicht hinlegen. Ich kann nur... sitzen. Also. Durch geht's. Oh, es kommt, 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 kommt. Wie siehst du? Ah, haben wir mich wieder erwischt. Also. Soll, die werden alle gemetzt. Nein, der Sanitäter! Ach nö Ja, okay Ah, ich hab ne Headshot verpasst, oder? Ne Okay, lauf sie Ja, ich auch, ne Oh Ich gucke wie zum Schutzgraben vor Okay, also, und los geht's Wienen, Wienen Ja, ist nicht so Glaubst du mit? Jetzt sitz ich hier und darf mit dem Scharfschutzgibber spielen, oder? Ich muss mich hier jetzt irgendwie verteidigen Egal wie Was mach ich jetzt hier? Alter Au Ey, das ist fies Was ist das denn jetzt? Ich bin Mienen, ich komm hier nicht raus Gucken Sie mich zum Schutzgraben vor, ich bin im Schutzgraben Da sind überall Mienen, da komm ich nicht zurück Ja, jetzt weiß ich auch nicht, wie ich heute fahren soll hier Ich bin umzingelt von ihm, ich kann nicht weg Ja, Leute Was soll ich jetzt machen? Ich kann aber hier reinlaufen So sieht es aus. Jetzt hat es ausgegangen, dass die überall Bienen wären. Jetzt werden wir die Pläne nicht schlecht, ne? Oh. 2 noch. Ja, was soll man machen? Jetzt war es das, ne? So dein Ziel, bringen sie mir den Bunker ein. Ja, das war ja klar. Ne, wisst ihr was, das ist doch scheiße. Ich brauche erstmal hier ein Medipack oder so. Ohne das geht doch nichts. Das ist fies. Oh, jetzt muss es auch noch hier so fabrieren. Man muss die Spinnt doch bei dem Spiel hier sowieso. Träumen sie den Bunker. Ach, Medipack. Medizin. Schroßflinten-Munition? Habe ich etwa eine Schroßflinte? Ne, ne habe ich nicht. Schade. Aber ich glaube, hier drinnen werden wir auch lieber mal mit der hier arbeiten. Ist glaube ich etwas gesünder. Jetzt kann man hier kurz... Oh, naja. Ah. Es wurde ein Missionsziel erreicht. Jetzt bin ich im Bunker drin, hm? Okay. Ah. Glaubst du? Nein. Nicht das Medi nehmen. Wir werden jetzt noch eine Stunde halten. Komm. 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 Streck das Köpfle raus. Komm. Gut, gut. Komm. Dann mach ich! Beifall! Ich öffne die verdammte... ...Neehm! Öffne die verdammte Lookie und er ist tot! Oh, da ist mein Zielkanister. Aufpassen! Könnte ein wenig weh tun. Läne oder sowas. Wollen sie mitnehmen? Ne, dass man glaube ich nichts mitnehmen. Einfach nur töten. Ey, warte mal, wenn der Kanister... Ey, ich nehme die Granate und die Kurve, oder? Ja. Ihr seid doch echt krank, Mann. Hahahaha! Wow! Also ich glaube nicht, dass das jetzt noch einen überlebt hat, da oben. Au! Die MD-Räufe überhitzen! Wir haben fast keine Munition mehr! Wir haben schon vollkommen... 11.000 Schuss, hab ich gerade gehört. Ich hab da ein bisschen zugehört. Die haben schon 12.000 Schuss verbraten. Wow! Hahaha! Uh! Yeah! 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 Ich bin im Blutrausch! Wow, geil. Richtig geil. Geht ab, das Game. Äh... Okay. Brauch ich nicht mehr. Das braucht ihr nicht mehr. Das war's mit euch. Oh, fuck. Schon wieder Dings. Den Filmkönchen gefallen mir nicht. Die müssen wir gleich immer aus dem Weg räumen. So. Gucken, dass wir die wegjagen. Schatz. Genau. So. Äh, nicht dass wenn die drauf schießen, dass sie mich dann auch erwischt. Glauben es ist in den Bonkern. Echt? Nein! Nein! Oh nein! Ahaha! Ahaha! Guck mal hier. Ah! Fehlt! Au! Au! Wo kommt der her? Wo schieß ich überhaupt hin? Wo kam der jetzt her? Alter, meine Maus hat's grad voll verdreht. Ich hab grad auch voll verschockt. Schießt der auch noch? Okay, das war's hier. Boah, das hat mich jetzt grad voll Leben gekostet. Oh Mann. Ah! Ah, das geht nicht so weit! Leute, auf Mittel, das ist gar nicht so einfach. Ups! Habe ich's geschafft? Ah! Mission! Ah! Mission! Ah! Mission erfolgreich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war mal ne Sache, ne? Junge, 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 Junge. So! Das war der Sturm auf Omaha Beach. Aber ich glaub, es geht weiter. Oberhalb jetzt. Und das machen wir gleich im nächsten Part. Bleibt auf jeden Fall dran. Tschüß! 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 Tschüß!